Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play, Together, Super Smash, Football, Mario, ich hab keine Ahnung, das Spiel heißt, er mit, natürlich. Mega, sobsiebe 1.000, ich bin auch wieder mal dabei. Hab schon, hab schon dann nicht mehr gezockt und das hatte ein Grund, einmal hatten wir keine Lust, dann ich war auf Klassenfahrt, ich hatte noch Praktikum, ich hatte Schule, wie gesagt. Und Realife geht leider nur mal vor. Ja, kann man nicht ändern. Ja. So, wenn, der Mario, ich bin, der hier ist ja mein Let's Play. Ja. Wollte, dass dich hier von rein aussuchen. Ja, ich, sagen wir mal den Hammer, Bro. Okay. Hallo, ja. So, wir müssen gleich mal gegen Peach. Gut. The Battle Dome. So, das muss ich mal weg. Wird wahrscheinlich jetzt schwerer. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Ja. Ich würde sagen, wir haben schon lange nicht mehr gezockt, einfach weil wir keine Zeit hatten. Ja. Ich bin, oh Mann, ich muss mich nicht mehr aufhören, ey. Was spiel ich mit, oh mein Gott, ich muss mit, oh Gott, ich muss mit, oh Gott, ich muss mit Anno-Logstick spielen. Wie scheiße ist das? Oh. Wie Scheiße. Wie betreibt's doch nicht Peach. Oh, okay. Ouch. Naja, was hat man? Boah! Take that! Take! Scheiße! Sorry! Hol dir den! Nein, ich will den Ball! Ich will den Ball! Scheiße! Nein! 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 Peach! Ich glaube, es... HACKT! Nein! Nein! Ja! Uff! Komm mal, Bro! Ich weiß es, Bro! Ich weiß es, Bro! Ich weiß es, Bro! Ich weiß es, Bro! Das hat nicht zu! Spiel! Ja, verdammt, doch mal! Ach so, ne, genau! Tack! Ja! Ich kann aber das Schrauben bringen! Ich kann aber jetzt ein bisschen komisch! Kalt! Ich krieg den Ball! Ich krieg den Ball! Ich krieg den Ball! Ja! Wir hatten noch was gehen! Was, Koopa! Und? Mann, der war schon mal wieder drin! Nein! Weck da! Pieks! Nein! Nein! Es ist dicht! Es ist... Es ist schlauer geworden! Ja! Nein! Sieh es! Komm schon! Ja! Du stehst mich voll im Weg! Entschuldigung! Komm schon! Nein! Sieh es! Ja! Ja! Zweiteste! Lauf, 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 lauf! Es gibt mal ein Richtung! Auf! Kusch! Ich denke, wenn ich mit Bischi schieße! Ich hab auch meine Schmerzen einfach umschlemmt! Ich hab mal meine Finger so verklemme oder so! Ich bin der Torwart! Ja! Ich hatte das was mir gedacht! Diese Peach! Diese Peach! Diese Peach! Oh! Der war schön gewesen! Zack! Zack! Naaaaaaaa Ähhhhhh Hast du nicht so gedacht, Cooper? Nein, pass auf! Sorry. Ich stand voll im Bühner. Schuss Wieso 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 Untertitel bei der Realität Fertig Wommen fern für Das hier ist nicht geklitscht irgendwie. Ich komm die für dich aus dem Weg. Spiel, spiel. Oh, das schiess. Jawohl, ja. Schön wär's. Sterne zu hören. das das begastet durchsetzen zurück ich weiß es nicht ich weiß es nicht schaut euch dieses Traumto von mir es sagt habe ich ihn nicht geben oder eher wenn du meinen Schuhen Bauer es ist Traumto die die Bieter Ich will es jetzt endlich machen. Bein hab ich gesagt, das ist so. Ja, dann wäre ich auch schon. Das ist so nice gewesen. Spast! Hol ihn dir doch! Was machst du? Geht schon an der Wand rum! Ich hab keine Zeit für Glitches! Ich hab ne Idee jetzt. Okay. Zack. Ach, glaub mir, glaub mir. Schieß! Nein! Wo gehst du hin, der... Scheiße. So. Jetzt schaffen wir es, Wario. Wario, du bist so ein... Du bist so ein Hesslund! Nein! Ich bin froh, dass er uns drin war. Ich bin da nicht froh, dass du... nicht den Ball zurückbekommen hast. Scheiß drauf, Leute. Ich was eins. Ich schieße zum Tor. Wie lüpft man noch mal? Mit L? Du hässliger Cooper! Pinky, ey! Gib mir mal den Ball! Gib mir mal den Ball! Pass! Ich steh auch hier drüben! Scheiße! Ach, Mist! Ach, ich war doch so knapp, ey! Die macht jetzt! Äh, äh... Wie, wie, wie... Nein! 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 Nein, nein! Ja! Das ist so. Mein Mann! Wer war das jetzt? Die ist das, das was ich für Sie dann kam? Der, zu Pleist. Der, die, 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 die nicht hat in der Nachfolge, und die, die, die Sachen schafften! Nein! Ja, ja! es ist war die Idee das kürzt Spaß es geht ganz normal weiter ich will ich aber ein Superschuss von ihm sehen guck nicht so blöd Wario ich meine es ist ernst Scheiße ich weiß nicht ausdrücken können today at Krater Field Crater Field wir haben 3 Punkte und sind dran 1 ja er hat auch drei Punkte angefragt 4 ja hallo ich habe es schon beinahmt es wird wieder du Arschloch so ein Traumt oh mein Gott wäre so geil gewesen hättest hier ist ich weiß nicht sieht zwar nicht so aus Bödo ist nämlich ein R und Psi was machst du denn mit mir Bödo ich glaub es hat tut mir leid ich muss es tun tut mir leid tut mir nicht leid tut mir nicht leid tut mir nicht leid tut mir leid tut mir leid so kommt Glipzig Glipzig ja nicht ich du wie du was ist du Nein, ich wollte den Torwart austricksen. Nein, 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 nein. Luigi! Schade. Hat nicht geklappt. Warte, warte, warte. Ich wollte ihn in der Luft nehmen. Aha, sind schlau geworden. Was machst du? Computer. Ja, haste von, äh, Dings. Von Lego City. Honey, Frank Honey. Das ist ein Komotyp. Es ist lustig. Computer. Ja. Computer. Nicht mal Computer. Ja. Spielen gerade auf einem Emulator. Demulators auf einem Computer. Ah. Hast du dir so gedacht? Die wird die machen, die wird sie nicht machen. Tut mir leid, Dingsland. Shit happens. Wo? Nein, ich hab's mir so gedacht. Nee, ich hab's mir jetzt in der光 Weiß. Ey, ich hab's mir. Ich hab's mir. Ich hab's mir nicht gesagt. Ich hab's mir nicht gedacht. es ist das Jahr und das das Niko, so. Ich hab' immer tröten und saugend nicht, dann hat's ein weiteres Betten. Ja. Ja. Kann schon! Nein, den hätte ich zurückspielen müssen in der Luft. Denkst du dir, oder? Zack. Ey, spiel! Scheiße. Ja, ja, nein, 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 jetzt ist Wario auch noch Sterne. Wario, bring deinen fetten Arsch aus, ey. Mann, was machst du? Ich mein' nicht, ich mein' für die. Ja, los, los. Ach, mach' einen Hochpass. Oh, du schießt, es geht weg. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mach' auf, mach' auf. Zack. Und, und verpisst dich doch Luigi! Du altes Arschloch, du. du, du dämliches, dämliche Missgestalt. Ja. Ich weiß zwar nicht, was du geraucht hast, aber du schießt. Die Welt hätte gern auf dich verzichtet. Lass den Treffen, Mario, und wir sehen, was passiert. Mario, oh, schon sagen, verpiss dich, warum, bevor du dich anschießt. Ich werde das noch mal machen. Ich glaub', dass... Das土味ier einfach zum scheißen Bord, wo sich mein Weg stellt. Was, ich glaub' der, was er ist? Oh, es hieß nicht. Du hässlicher Bord. Scheiß. Scheiß. Wer hasst ihn nicht? Pass, ich will den scheiß zurück machen. Und du schl Sagniere. Ne, getrunken. das die die in die Wand ja 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 das ist die St das ist die Städte das ist die Städte die Spiele spielen ja als ich glaube ich glaube es hat es klappt es hat da war doch da war die Idee das ist die sind nicht machen Stuttgart hier ist es auch so glücklich die Gäste Fanta Fanta das ist das was 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 das ist es ist nicht gemeint das hat er eine Nische die Gte der Ball ist ich mach den jetzt nein Nein! Okay, der Ball wieder in! Nein! Komm, 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 komm! Du machst den jetzt! Du machst den Rassi in der Verzog! Du bist so ein Vario! Okay, so der muss die Fresse bekommen! Baller den rein, baller den rein! Oh, das ist mir scheißegal! Pass den Shit! Pass den Shit! Pass den Shit! Ach, der hätte noch vorhin gehen können! Ich habe keinen größeren Angeber als Vario heute zu zutage gesehen! Oh, ne Scheiß! Gott! Und unser nächster Gegner ist... Donkey Kong! Leute, ich habe eine Frage an euch! Kommt jetzt ein bisschen komisch! Ich will euch auch fragen, spielt den Mario Kart Wii? Wenn ja, äh... Ich spiele... Ich spiele momentan beziehungsweise und äh... Wenn ihr wollt, ihr könnt eure Freundes-Code in die Kommentare schreiben, wer gegen spielen will oder so. Keine Ahnung! Wenn ihr Bock habt, dann schreibt eure Freundes-Code in die Kommentare, falls ihr... Vielleicht habt noch kein Mario Kart Wii... Ja, ja, ich weiß, aber ich eben... Falls ihr mal Bock habt, um es zu spielen... Der kann seine... Der hatte schon mal Mario Kart Wii... Ich weiß... Der kann seine Freunde kurz in die Kommentare schreiben... – Ich werde jetzt annehmen... Er kann das jetzt mal wegla profisieren... Also nochmal mal als ich concept- content-re galaxy ich hab ich nicht Hallo ich hab zweimal getanzt Du gehst den so schnell und ich wollte schon auf der Erste rein gehen du hässlich ist lass ihn reingehen lass ihn reingehen die Wachstums ich bin froh dass er nicht reinkönnt werden aber weiterhin versuch ja 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 Tots 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 das war jetzt was ne ne las ihn reingehen lass ihn reingehen ich hab gesehen was passiert Verpisst dich Verpisst dich oh Ah wechsel 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 ja ja nein nein die die Stichwissen die 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 das ist ich hatte eine Warte angeschissen ich hätte es nicht sie ist es klingt ich bin es nicht so gut die Kunde das ist das Ziel ich habe keine Angst ist ich bin es spielst du den Ball ab ich bin ja auch zufällig grad GTA das passt hier ich mach mich nicht und wird mit ja es ist die Tätigkeit schafft das ist ein jetzt ist ein Geld das ist was ich verklagte die Barriere ich gehe dahin das ist die Einstürme das ist die und als nächstes geht es die Scheiße Ja, lauf mir nicht in den Weg! Fass, pass, pass den Shit! Pass doch den! Ich werd mich in den Weg stellen! Ich werd mich in den Weg stellen! Geht's doch okay? Ja, ja, ja. Und Leute, ich will noch mal eins dazu sagen. ihr wisst, hasst jeder Mensch einen Hacker. Beziehungsweise nicht hassen, man will nicht gerne den zu spielen. Bitte, wenn ihr gegen mich spielt, dann hackt nicht. Ich hab keinen Bock auf Fack. Ich mein, ich hab keinen Bock auf Fack. Das geht einfach nicht in den Kopf, wenn mich jemand hackt. Wenn ich hackt, ist es was anderes, aber wenn mich jemand hackt, dann... Naja... Ich... Kann es einfach nicht nachvollziehen, wenn ich mich extra spiele, dann nur noch hackt. Naja... So, Felix, du kennst es doch. Scheiße, du hast das. Ich war halt, wir haben, wir haben... Ohhhh... Wir haben zu sagen... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben online gespielt. Und da war der Erste. Und... Was ist passiert? Ja... Folgendes passiert. Blue Shell! Ja, genau das ist passiert. Eine Blue Shell ist gekommen und... Tja... Folgendes passiert. Er ist... Glaub ich... Achtung gewollt. Und was ist da? Wir haben eine Scheiße Blue Shell. Hör den Ball. Ich hab nen Trick da. Ich hab nen Trick da. Lager. Aber der geht... Nein, er ist wirklich... Wenn mir mal Donkey Kong den Ball geben würde, bitte! Wer auch noch ein bisschen... Ohhhh... Du blöder Kacktor. Wechsel mal. Wechsel mal. Wechsel mal. Danke, dass mir den Ball... Ich hab schon beinahe gedacht. Der geht. Der geht. Der geht. Der geht. Mario. Hey, Mario, die Winner. Oh, ich kann mich nicht sterben erzählen. Genau wie Felici. Waluigi meines. Felici. Cooler Worte. Cooles Wort. Cooles Wort. Cooler Worte. Schlechte Stimme. Stimmenfitte. Cooler Worte. Mein großer... Cooler Worte. Was für ein geiles Deutsch ohne Scheiß. Hat nicht jeder Mensch. Naja, man sagt ja heutzutage immer, ähm... Katzen mal, ähm... Zum Beispiel, man sagt zum Beispiel, ähm... Katzen mal den Shortcut machen. Den Shortcut. Wenn es sowas war. Da weiß ich nicht mehr. Den Shortcut. Oh mein Gott. Aber, naja... Den Shortcut ist auch nicht verkehrt. Aber eigentlich sagt man ja DIE Shortcut. Egal. Das ist... Das ist... Gamer-Sprache. Den Shortcut. Kassen mal den Shortcut. Mussst den. Oder man sagt SC. Der wär Eigentum gewesen. Der hat noch mal Eigentum, nicht! Na fass doch mal. Komm mal. Black Friday. Donkey. Donkey. Donkey Gute. Der geht rein. Fucks halt. Was machst du? Was machst du? Lüpf den Ball, lüpf den Shit, lüpf den Shit. Ja, mach. Ah, schade. Den hat er, der kleine Mist, geburt. Scheiß die Wand an. Leute, tut mir einen gefallen. Scheiß bei euch zu Hause die Wand an. Scheiß bei euch zu Hause. Man macht es nicht wirklich. Mein Pinkel über die Wand an. Bitte. Scheiß. Für diesen. Das gibt doch nur für Leute. Das gibt. Ich weiß, das hasse ich auch, aber das muss nicht mehr sein. Das muss nur für Leute geben. Leute. Ich hasse es nicht. Ich hasse es nur mit einer Sache. Da könnte ihr das Video favorisieren. Gib mal den Ball. Gib mal den Ball. Schnell, schnell. Hier. Gib mir den Shit, gib mir den Shit, gib mir den Shit. Gib mir den Shit, gib mir den Shit, gib mir den Shit. Sieh. Nein. Nein! Vario-Fantzack, ey, steht mir total in dem... in dem Park. Ich hab gesagt... Scheiße, Gott. Ich hör's ernst. Der Part ist jetzt zu Ende. Ja. Und wie gesagt, Leute, postet eure Freundes-Codes in die Kommentare. Und wir haben auch wieder was bekommen. Ich werd ihn auch irgendwann die Kommentare wussten, aber erst so, wenn jetzt jemand... So, der nächste Gegner wäre Mario. Ja. Aber erst beim nächsten Mal. Wie gesagt, vergisst das nicht, falls ihr Bock habt. Wenn nicht, dann scheiß drauf. Ja, Leute, und wenn... Ich sag nur eins, ich bin Skiller, ich hab zwei Sterne. Ja. Und nein, das ist nicht gut. Und wie gesagt, Leute, wenn euch da verknüpft, dann gibt's ein Damm. Hoch, wenn ich ein Damm, wo der Schreibt einen Kommentar. Und ansonsten... Ah ja, und... Wie gesagt, die Zeit hat gewollt. Wurde mir gedacht, dann eigentlich haste er eine Daumen hoch. Gib den Daumen hoch. Hast du grad gesagt? Ja, gib doch viel Daumen hoch. Das ist das... Ich hasse jetzt nur, wenn einer sagt, er mit dem blöden Favoritieren. Ja, das ist echt nicht nötig. Ja, das ist echt nicht nötig. Ja, das bringt das. Daumen hoch ist viel wichtiger wie favorisieren. Ja, Leute. Bitte gibt einen Daumen hoch. Und speziell für diesen scheißgeilen Lüpfer. Ich mein, wer der drin ist? Ich mein, ich hätte es gefeiert. Ich hätte es gefeiert. Ja. Okay. Oh, Mann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, Leute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.